Einen wunderschönen guten Tag und damit recht herzlich willkommen hier im Herzen Bayern. Wir befinden uns im Hauptbahnhof von Kempten im Allgäu und fahren heute den Alex. Hier die Fahrungsleitung an 29308, bitte kommen. 29308 hört. So, jetzt wartet der Alex auf dich. Die Loks sind zurzeit wegen Hauptuntersuchung nicht verfügbar, also fahren wir wieder mit angemietetem Material. Auch hier haben wir eine Zugteilung in Immenstadt, allerdings ganz altmodisch mitrangieren. Für dich ist wichtig zu wissen, dass du nach der Ankunft in Immenstadt einfach die drei hinteren Wagen abkoppelst und dann mit den ersten drei Wagen weiter nach Lindau fährst. An die hinteren drei Wagen kuppeln wir eine andere Lok an und ein Kollege verdient nach Oberstdorf. An gute Fahrt. Vielen Dank, bis später. Okay, in unserem Fall fahren wir heute trotzdem mal mit einer Lokomotive vom Alex. Ich habe hier im Szenario mal eben schnell die Lokomotive ausgetauscht und deshalb hier mal verändertes Räumaterial. So, die Lokomotive haben wir auch soweit bereit. Hier noch schön den Motor starten. Motor startet. Okay, dann müssen wir gleich nochmal in den Maschinenraum. Ja, hier genau. Zum PZB-Kästchen wollte ich. Und dann aktivieren wir das erste Mal. Aber das Licht ist ja hier schrecklich. Schaut nochmal aus. So. Die Triebfahrzeugnummer. Dann nehmen wir doch einmal die... 0, 4, 3, 3, 2, 1. Wunderbar. Wir übernehmen diese. So, weiter geht es dann zur Zugart. Dann nehmen wir die 0, 8, 0. Und dann hier unten unsere Bremshundertstel. In unserem Fall sind es heute 120. Übernehmen wir auch. So, weiter geht es dann zur Zugnummer. Wir fahren heute den Alex 2930 8. Dementsprechend hier die 0, dann die 2, die 9, die 3. Und da war sie. Dann die 0. Und die 8. Einwandfrei. Übernehmen. Hat es übernommen. Die Uhrzeit brauchen wir nicht verändern. Die ist voreingestellt. Das Datum ebenfalls nicht. Wir stellen uns hier den Punkt wieder ein. Das Ganze lassen wir so. Schließen hier schnell noch den Schaltschrank. Die Sifa lassen wir im ersten Teil der Fahrt aktiv. Die werden wir dann erst später abschalten. Zu Anfang an möchten wir uns hier nun ein bisschen auf die Fahrt konzentrieren. So, ein Kollege an der 245, allerdings 100 dB. Wir möchten auch hier drinnen ein bisschen schöne Beleuchtung haben. Dann nochmal schnell das Fenster hinunter. Schauen zum Fenster hinaus. Zum richtigen natürlich. Öffnen hier direkt die Türen. Lassen die Fahrgäste einsteigen. Ja, nochmal. Wir befinden uns hier, wie gesagt, in Kempten im Allgäu in Bayern. Und fahren den Alex, also den Allgäu-Express. So, als Lokomotive haben wir die ER20 von Siemens. Auch bekannt als Baureihe 223. Das Szenario wird eigentlich mit einer Lokomotive von MRCE Dispo-Lok gefahren. Ebenfalls eine, ja, 223. Aber hier habe ich die Lok, wie gesagt, ausgetauscht. Und deswegen anderes Räumaterial. So, wir machen die Fensterscheibe hoch. Wir lassen die Tür mal noch offen. Wir müssen nochmal ganz kurz rausschauen. Wir ziehen mal hier die Lokbremse fix an. Die Federspeicherbremse wird gelöst. Wir stellen vorne die drei Spitzenlichter auf weiß ein. Und, ja genau, dann widmen wir uns ganz kurz mal dem Display hier. So, da hätten wir einmal die AFB-Daten. So, das lassen wir so. Die Bremshundertstel belaufen sich, wie gesagt, auf 120. Ungefähr, ne. So, Zuglänge. Da muss ich mal fix nachschauen. So, hier mal ganz kurz zur Tür hinaus. Die Lok müsste eine Länge haben von circa 20 Metern. Na, ganz grob. Gut. So, ähm, hinten dran die Wagen. Na, wie lange wir an Niveau sein? 20, 25 Meter. Ungefähr, nehmen wir mal 300, oder. Ne, ne, 200 Meter für den Zug. Das ist schon, denke ich mal, großzügig. Ja, nehmen wir 200 Meter für den Zug. Als Zuglänge. So, was habe ich gesagt? 200, ja. 200. So, die Höchstgeschwindigkeit für heute. Die setzen wir auf 140 Stundenkilometer fest. Äh, die Zugmasse. Oh. Also die Lok selbst wiegt 80 Tonnen. Äh, was wiegen denn die Wagen? Was wiegen denn die Wagen? Müssen wir nachschauen. Hm, steht gar nicht dran. Doch. Ja, ungefähr 44 Tonnen. Wir nehmen mal als grob überschlagen. Ja, 50 Tonnen. So. 15. Gut, 3. 300. Ungefähr, wie gesagt, grob überschlagen. Ja, machen wir 350 ungefähr. Wie gesagt, wir sind hier im Simulopto und da muss das nicht alles, ah ne, nicht 3000. Das ist ein bisschen viel. Da müsste man schon ziemlich, ziemlich schwere Menschen an Bord haben. So, 350 Tonnen. Enter. Zugdaten sind übernommen im AFB-Feld. So, dann geht's zurück zum Grundbild für uns. Wir möchten hier nochmal ganz kurz die Zugnummer und... Genau, das war dann die 029, 30, 8. Und als Triebfahrzeugführer nehmen wir die 189. Ups. Einfällt zurück. So, 189, 027. Okay. Gut, das war jetzt erstmal ziemlich viel technischer Kram, sag ich mal. Dann müsste man eigentlich auch hier fertig sein. System können wir hier in dem Fall nicht umstellen. Ist jetzt auch nicht so schlimm, wenn das auf ÖBB eingestellt ist. Wir stellen uns jetzt hier einfach mal ein dB vor. Ähm, badum, 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 badum. Die Zugkraft ist natürlich noch gesperrt, weil die Bremse angezogen ist. Wir brauchen aber hier drüben noch den Zugfunk. Da machen wir jetzt nicht viel mehr, abgesehen vom Eingeben der Zugnummer. Da auch wieder die 29, 30, 8. So, das Ganze übernehmen mal. Wunderbar. Ja. Okay. So, die Tür dann ist auch zu. Die Fahrgäste müssten eingestiegen sein. Schauen wir ebenfalls nochmal fix hinaus. So, es hängt auch keiner am Zug. Die Türen sind zu. Und dann können wir eigentlich auch gleich abfahren. Na, wenn ich die Tür zu kriege. Das gestaltet sich in der Tat ein bisschen schwierig. Jetzt. Ja, die hängt manchmal so ein bisschen. Okay. Die obere Zugart ist eingestellt. Und jetzt, ähm. Schauen wir mal ganz fix hier an den Instrumenten. Die Beleuchtung brauchen wir heute nicht. Führerschanzbeleuchtung ist auch zu hell. Gut. Dann können wir los. Jo. Zugbremse lösen. Fahrtrichtungswender in Vorwärtsstörung. Und Lokbremse ebenfalls lösen. Ab geht die Post. So, unser nächster Fahrplanmässiger Halt ist dann Immenstadt. Bis dorthin geht's auf jeden Fall noch mit, ähm, Sifa. Ob ich sie danach noch weiterhin verwenden möchte, das überlege ich mir dann noch spontan. Wir dürfen hier aus Kempten mit 100 Stundenkilometern ausfahren. Wir werden auch machen. Genau. Kempten im Allgäu. Ja, wie gesagt, wir befinden uns im südlichen Bereich Deutschlands. Besser gesagt in Bayern. Wir fahren einen, ja, Personenzug. Die Lokomotive ist von Siemens gebaut worden und wird Siemens intern als ER20 geführt, was für Eurorunner steht. Ich bin schon ziemlich gespannt, was wir heute alles so für Räumaterial auf der Strecke erblicken werden. Ich denke mal auf jeden Fall, äh, Triebzug der Baureihe 612, auch bekannt als Regioswinger. Dann die 245 auf jeden Fall. Haben wir jetzt hier rechts schon im Bild. Ein paar Personenzüge mit klassischen Nahverkehrswagen werden uns bestimmt auch entgegenkommen. Und, ja. Meine Damen und Herren, wir begrüßen alle in Kempten zu gestiegenen Fahrgäste im Allgäu-Express Alex 29308 auf der Fahrt von München Hauptbahnhof nach Lindau Hauptbahnhof, sowie im Alex 29328 auf der Fahrt nach Oberstdorf. Dieser Zug wird, äh, bei unserem nächsten Halt in Immenstadt geteilt. Die ersten drei Wagen fahren von dort aus weiter nach Lindau. Und die letzten drei Wagen ändern die Fahrtrichtung und fahren im Anschluss nach Oberstdorf. Der nächste Halt des Zuges ist in Kürze Immenstadt und wir wünschen Ihnen eine angenehme Fahrt. Okay, wunderbar. Der nächste Kollege hier links. Mit ein paar, naja, Erzwagen. Auch mal ganz interessant. Zwar nicht so ganz üblich auf der Strecke, aber okay. Gut, man kann jetzt hier auch nicht unendlich viel, äh, Räumaterial verlangen. Naja, das Szenario-Pack ist von 3D-Zug. Reisezeit Allgäu müsste das heißen. Oder auf jeden Fall Allgäu. Und, ja, im Normalfall wird das mit einer, äh, ER20 von Darftail Games gefahren. Ich habe jetzt hier für das Video einfach mal spontan die, äh, RSSLO-Version genommen. Da war ein bisschen mehr einzustellen, ein paar mehr Features. Und, ja, ist auch originalgetreuer. Im Gegensatz zur DTG-Version. Da stimmen einige Sachen, vor allem auch hier im Display, nicht. Ich glaube, da wird die Tankanzeige mit der, äh, Zugkraftanzeige vertauscht. Gut, ja, und ein paar andere Sachen noch. Ja, jedenfalls deswegen die RSSLO-Version. Deswegen hier bitte nicht, äh, wundern. Wir haben auch hier mal wieder einen kleinen Grafikfehler. Wir haben hier die 014 drin stehen. Kann ich jetzt leider nicht dafür. Ist auch nicht szenariobedingt. Liegt einfach daran, dass hier die Lokmotive, wie gesagt, ausgetauscht wurde. Davon bitte nicht beirren lassen. So. Wir füllen auch wieder schön hier die Kurvenüberhöhung. Einwandfrei. Boah, so kahle Bäume. Rechts und links kein einzelnes Blatt. Genau, und im Inshot erreichen wir dann in ca. 16 Kilometern. Dorthin wird unser Zug dann getrennt. Das müssen wir manuell dann vornehmen. Ja, die Sifa-Dame meldet sich natürlich auch. Okidoki. Ja, ich denke mal, es wird eine relativ angenehme Fahrt. Relativ ruhig. Die ein oder andere, äh, ja, Aufgabe im Senaga müssen wir natürlich erfüllen. Unter anderem natürlich abkoppeln. Wunderbar. Aber, ja, die Strecke gefällt mir echt. Auch wenn wir jetzt hier mal, ja, kahle Bäume haben. Ja, willkommen in Maikol. Alpenvorland, ne. Und hier vorne wahrscheinlich auch bald schon die Alpen. Ja, ich glaube, wir fahren heute ein bisschen Lindau durch. Können wir auch direkt mal nachschauen. Genau, ein bisschen Lindau geht's heute für uns. Und da unten. So. Schnell wieder zurück in den Führerstand. Nicht, dass wir hier irgendwelche Signale oder Signaltafeln, ja, verpassen. Ja, ihr merkt schon, also ich bin ganz zittrig, was das Sifa-Pedal angeht. Es ist nämlich nicht so wie bei, äh, Virtual Railroads, dass wir das in der Außenansicht, äh, quasi deaktiviert haben. Die Sifa ist hier wirklich durchgängig aktiv. Und da schreit sie schon. Gleich nochmal. Quietsch, quietsch. Hä? Wieso sind die Tür... Achso, der Türwahlschale lässt sich nicht verändern in dem Moment. Ich weiß jetzt gar nicht, die AFB-Daten hat man auch reingestellt, ne? Ja. Okay. So, wieder ein bisschen Leistung aufschalten. Und dann darf hier 110 gefahren werden. Oh, hier sind die Schienen verschwunden. So, Zuglängen müssen wir mal aktivieren. Okay, da stimmt irgendwas auch nicht. Okay. So, Ja, das Repaint gefällt mir ziemlich gut. Also das Alex Repaint gibt es natürlich auch. Kann man sich dann frei aus dem Internet herunterladen und entsprechend installieren. Die Dokumotive selbst wird im ÖBB Farbkleid gewählt. Nicht gewählt, ähm, geliefert. So rum. Steht da wirklich Zugkraft gesperrt, wenn der Motor... Ach, okay, der geht jetzt hier in die Bremsstellung, deswegen. So, 140. Oh, der riegelt bei 120 ab. Wieso denn das? Habe ich da 120 eingestellt? Dann mal ganz kurz fix die AFB abschalten. AFB. Ach, tatsächlich, 120. Das hat das irgendwie nicht übernommen, oder ich habe es nicht eingestellt. So, Bremshandestillbahn 120. Das hier mal noch schnell fix korrigieren. Zugkraft aufschalten. Siefer bestätigen. Zuglänge hat man... Ach, Mann. Ich glaube, 200 Meter, ne? So, Höchstgeschwindigkeit... Höchstgeschwindigkeit... Ich habe jetzt nicht hier genau gesehen, was drauf war. 140, 130, okay. Also, alles gut. Ja, Höchstgeschwindigkeit 140. Zuggewicht war 350 Tonnen. So, Enter. Ach, okay, jetzt. Ja, Siefer. So, 130. Wunderbar. Dann... ...Grundbild wieder. AFB hinzuschalten. So. Jetzt funktioniert's. Und dann müssen wir auch schon runterbremsen auf 80. Ja, ist doch gut. Boah, so viel, Leute. Okay, da kommt uns schon die ER20 entgegen, mit welcher wir das Szenario eigentlich gefahren werden. So sähe unser Zugverband aus. Wenn wir hier nicht den Locktausch vorgenommen hätten. So, auf 80 eingestellt. Leistung aufschalten. Nachdem die Bremse gelöst wurde. Ja, die Siefer. Stört natürlich auch gleich wieder. Dass wir hier auch ja nicht einschlafen. Ich glaube, in der Lokomotive hier habe ich wirklich genug zu tun. Da schläft man nicht so ohne weiteres ein. Genau. Bremse ist gelöst. Lieber nochmal auf Nummer sicher gegangen. Meine Damen und Herren, in Kürze erreichen wir Immenstadt. Der Ausstieg hier befindet sich in Fahrtrichtung rechts. Bitte beachten Sie, dass dieser Zug hier geteilt wird. Die ersten drei Wagen fahren von hier aus weiter nach Lindau. Die letzten drei Wagen fahren nach einem kurzen Aufenthalt und einem Richtungswechsel weiter nach Oberstdorf. Sollten Sie in falschen Wagen sitzen, haben Sie jetzt noch die Möglichkeit umzusteigen. Ich wiederhole nochmal, dieser Zug wird in Immenstadt geteilt. Die ersten drei Wagen fahren weiter nach Lindau und die letzten drei Wagen fahren nach Oberstdorf. Der Ausstieg befindet sich in Immenstadt in Fahrtrichtung rechts. Wir verabschieden uns von Fahrgästen hier aussteigen und wünschen Ihnen noch einen schönen Tag. Das war jetzt auch witzig. In Kürze erreichen wir und dann kam die Stimme Sifa. So, wir müssen gleich wieder auf 80 runter bremsen. Von daher können wir direkt so verbleiben. Und dort vorne dann in der Rechtskurve müsste auch gleich der Bahnhof dahinter erscheinen. Entsprechend hier dann auch wieder ein bisschen Acht geben und rechtzeitig bremsen. Alles wunderbar. Das Signal ist auch grün. Genau, und dann denken wir hier dran, den Zugverband kürzen. Entsprechend müssen wir dann natürlich auch die Wagenlänge abziehen. Na ja, machen wir dann ungefähr 150 Meter draus. Wie gesagt, ich nehme das jetzt hier nicht so hundertprozentig genau. Ungefähr wäre das reicht hier für uns im Simulator. Man muss es nicht übertreiben. In der Tora ist das wie gesagt eine andere Sache. So, wir können uns auch mal hier fix in die Wagen hineinbegeben. Das finde ich nämlich auch sehr, sehr schön. Auch wenn das Wagenmaterial schon etwas älter ist. Aber wir haben doch hier den Vorteil, dass wir tatsächlich uns hineinsetzen können. So, mal schauen, ob wir den Zug auch so zum Stehen bekommen. Finde ich nämlich mal ganz interessant. Diese, naja, sagen wir mal Quest, hat man mir nämlich schon mal gestellt. Und ich ging stark davon aus, dass es doch machbar wäre, den Zug auch so anzuhalten. Oh, schön, wie das kreischt. So, dann mal fix die Türen aufmachen. So, wir wollen entsprechend hier mal schnell zur Tür laufen. Oh, wunderbar. Sieht echt aus wie in der Tora, könnte man meinen. Ja, wir fahren hier, wie gesagt, Alex und das ist Wagenmaterial von der Arriva. Ein blau-weißer Zug mit gelbem, ja, ich sag jetzt mal Wagenband. Lokomotive hat es natürlich auch, damit hier das Farbkleid relativ schön einheitlich ist. Oh ja, ein Stückchen sind wir zu weit. Okay. Aber das kann man verkraften. So, die anderen möchten, die es schon nicht aussteigen. Genau. Ist auch schon fertig. Zustieg ist abgeschlossen. So, die letzten drei Wagen. Das wäre dann entsprechend hier diese Kupplung, die wir da lösen sollten. So, dann müssen wir uns entsprechend mal ändern. Die Fahndesleitung an 29308, bitte kommen. 29308 hört. Die hinteren drei Wagen abgekoppelt. Ja, gerade eben. Wunderbar. Ich krieg auch schon die Meldung rein, dass der Kollege rangieren will. In Gegenrichtung wird es etwas komplizierter, aber das siehst du dann. Gut, okay. Wir gehen jetzt einfach mal von den Zugdaten ungefähr aus. Ja, das dürfte es dann gewesen sein. Dann können wir wieder aufs Grundbild wechseln. Ja, wir lassen uns jetzt hier mal nicht davon beirren, dass hier die Schienen auf dem kleinen Stückchen fehlen. Ich denke mal, die werden wieder auftauchen. Gut. Nächster Halter in Oberstaufen. Wir lösen die Bremse. Wenn sie es nicht sogar schon ist. Und fahren weiter. Wie gesagt, davon nicht beirren lassen. Ach, das sieht aber komisch aus. Na gut. So, wir können mal ganz kurz hier fix das Fenster runter machen. Ach. Wirst du was noch vergessen haben? Die Siefer. Na gut. Fahren wir noch bis zum nächsten Bahnhof mit ihr. Und dann gehen wir das Ganze hier etwas entspannter an. Gut. So, da vorne dürfen wir dann gleich wieder aufgleisen. Sieht lustig aus. Okay. Und 90 darf gefahren werden. Jetzt fehlt es gleich auf der linken Seite. Ai, 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 ai. Das würde irgendein Ladefehler hier nur sein. Weil das hatte ich bis jetzt auch noch nie. Das müsste jetzt hier wunderbar aufhören, oder? Ja. Da fahren wir dann wieder auf zweigleisiger Strecke. So wie es denn auch eigentlich ist. Wie gesagt, das Problem mit der Vegetation haben wir auch mittlerweile in den Griff bekommen. Wir haben hier nicht mehr das Problem, dass wir diese Missing Texture Felder haben. Ja, scheinbar fehlen dafür jetzt die Schienen. Gut. Spaß beiseite. Wir dürfen 100 fahren. Der Roadrunner sagt uns Bescheid. Und ein bisschen mehr Leistung darf es doch dann auch sein. Ich merke auch gerade der Fahrplan, der hier eigentlich immer liegt, beziehungsweise der Plan über unser, na? Über unseren Zug, also der mit unserem Zugdaten. Der fehlt heute auch irgendwie. Keine Ahnung, wo diese sich hingebeamt hat. Aber na gut. Auf der linken Seite sehen wir einen sehr, sehr schönen See. Oh, richtig schön groß. Schönes blaues Wasser durch den Himmel natürlich. Und 110 draufgefahren werden. Genau. Ja, der Roadrunner klingt so schön. Macht richtig Spaß, mit dem zu fahren. Und dort vorne müssen wir gleich wieder langsamer werden. Na klar. Was denn sonst? Ja, Leistungsabfall. Ach ne. Die Tafel wurde nur falsch angezeigt. Wir dürfen weiter mit 110 fahren. Alles klar, dann machen wir das natürlich. Einwandfrei. So, Oberstaufen kommt dann in circa zwölf Kilometern. Ja, das geht relativ ratz-patz. Dort sind wir schnell angelangt, als wir denken. Hm, schön. Holzverladung. Und daneben. Hm, Paletten. Okay. Einfach mal so in der Natur Paletten. Alles klar. So, in den Führerstand dürfen maximal vier Personen. Auch schön. Mal so eine Tafel mit einzubauen. Okay. Oh, schön. So ein Häuschen an der Bahnlinie. Wahrscheinlich von einem ehemaligen Bahnmeister. Da wurden oft früher entsprechende Grundbesitze an langjährige Mitarbeiter der Bahn vergeben, beziehungsweise relativ günstig verkauft. Eventuell stammt das Gebäude natürlich aus einem solchen Bestand. Oh, was haben wir da? 245 mit Schimmens, oder? Ja, auf jeden Fall gedeckte Güterwagen. Müssten Planhaubenwagen gewesen sein, ne? Und hinten dran unser kurzer Alex. Die Ziegen. Die Ziegen. So, zwischenspeichern. Boah, richtig schönes Bild. Blaue Lok, blauer Himmel, grüne Wälder und grünes Gras. Ja, dann einmal weg mit der Leistung. Wir legen uns wieder in die Kurve mit unserer Lokmotive. Und der Zugverband folgt entsprechend. So, supi. Dann sind wir auch langsam bei 100 angelangt. Brauchen wir gar nicht mehr großartig abbremsen. So, Leistung können wir entsprechend hier auch wieder vorwählen. Und da wäre die 100er Stelle. Wir stellen uns einmal ganz kurz hier an den fahrbaren Rand. Boah, richtig schön. Ja, der Soundbereich von den Wagen wurde ein bisschen komisch eingeteilt, habe ich so im Gefühl. Okay, 80. Auch hier wieder PCB-Wassern-Katz-Taste betätigen gleich. Doppelt hält besser. Sifa. So, der 85er-Leuchtmelder blinkt. Die 85 kmh dürfen wir jetzt nicht überschreiten. Ah, und langsam geht es hier in die Steigung rein. Oh, da lassen die uns die Steigung hier mit 80 hochfahren. Ja gut, die Kurven sind entsprechend auch hier enger. Meine Damen und Herren, in Kürze erreichen wir Oberstaufen. Der Ausstieg befindet sich hier in Fahrtrichtung links. Wir verabschieden uns von Fahrgästen, die hier aussteigen und wünschen Ihnen noch einen schönen Tag. Ja, und auch ich wünsche den aussteigenden Fahrgästen noch einen angenehmen Tag. So, habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Der Bahnhof kommt schon in 2,6 km. Und davor nochmal eine 30er-Stelle, wie ich gerade gesehen habe. Ja, da darf man wieder fein runde bremsen. Ich glaube auch, die wird relativ früh angekündigt. Ja, aber es nützt nichts. Wir müssen dann trotzdem entsprechend die Bremskurve einhalten. Ja, genau. Da kommt es schon. Oh, 30. Das ist doch echt übertrieben. Na gut. So, unser Tank ist bei 50% angelangt. Naja. Ein bisschen was haben wir noch drin. Ja, entsprechend langsam auf die 30 zufahren. Ja. Na ja, 600 Meter sind es noch. Dann ruhig noch ein bisschen Leistung aufschalten. Okay. So, auf 35 ist erstmal die AFP fest. Das sollte wirklich reichen. Die armen Fahrgäste. Ja, das ist jetzt eine ziemliche Verzögerung, die wir uns dadurch einhandeln. Ist natürlich nicht geplant, dass man so langsam hier drauf zufahren. Oh, na gut. Es nützt nichts. Wir müssen so oder so langsam fahren. Boah, im Hintergrund schon die hohen Berge. Ja, und das dürfte die, genau, die 30er Stelle sein. Ah, hier geht es direkt in den Tunnel. Aber da hatten wir mir auch schon berichtet, dass diese Stelle mehr oder weniger, ja, ich sag mal jetzt mal, eliminiert wurde. der Tunnel soll erneuert worden sein und entsprechend darf hier laut, ja, neuer Strecke, neuem Tunnel mit höheren Geschwindigkeiten durchgefahren werden. Und hier haben wir natürlich auch mal wieder direkt die Grasbüschel im Bild. Davon bitte nicht beirren lassen. in echt fliegen da keine Grasbüschel herum. Ach man, wieso fehlen hier auch schon wieder die Schienen? Das ist aber eigentlich nicht normal. Na gut, dann halten wir erst meinen Oberstaufen an. Ja gut, das Problem werde ich dann erstmal noch schnell beheben und dann sehen wir uns gleich wieder. Oder ich hoffe zumindest dass ich das Problem beheben kann. Hab da nämlich auch schon eine Idee. Ja, sie fahren noch zuletzt und dann öffnen wir auf der linken Seite die Türen in Oberstaufen. Einmaler sein und raussteigen. Ja, wunderschön hinten noch eine Kirche. Oh, ziemlich großer Friedhof. Na, schade. Und so sieht es im Allgäu aus. Ja, wir kommen hier immer und immer mehr in die Richtung der Alpen. Ja, hier unten entsprechen wahrscheinlich die Bundesstraße. Na gut, dann gucken wir auch gleich wieder zurück zu unseren Lokmotive und zu unserem Zugverband. So, und da wären wir wieder. Die Türen sind mittlerweile auch geschlossen. Wir schauen entsprechend nochmal nach, ob hier auch nicht wirklich noch jemand am Zug dranhängt. Wieder selbe Prozedur wie beim letzten Mal schon. Und dann geht es entsprechend los. Wir sitzen uns hier schon in Bewegung und rollen aus Oberstaufen aus. Einmal hier noch den Bahnhofsschild winken, Oberstaufen und das war's dann. So, jetzt weiß ich noch nicht mehr, wie schnell wir hier fahren durften. Auf jeden Fall ist die Schiene jetzt wieder da. Naja, keine Angst, sie für also war schon Einlädung von der Zwangsbringung. War knapp. Gut, aber kein großer Verlust. Okay, 70 darf gefahren werden. Ein und frei. Und dann soll es mit 100 Stunden Kilometer weitergehen. Ja, knappe Sache. Ja, ich hab's schon gehört. Sie war ging es innen schon wieder los. Einen Lidl-Mark hätten wir hier auf der linken Seite. Und dann hier die 100er Stelle. Genau. Der Roadrunner kündigt's an. Also nochmal für alle, die es vorhin vielleicht nicht mitbekommen haben, mit entweder einem Doppelklick auf die Taste W auf der Tastatur können wir hier diesen Richtungswender betätigen und indem wir den doppelt drücken aktivieren wir diesen Zuglängen Messer. Der sagt uns dann automatisch Bescheid. Also dieses Meep Meep kommt dann, wenn der Zug über die Position hinweg gefahren ist, wo wir den Knopf betätigt haben. So, auf 80 runter. toll. Ja, Sifa und PZB beides natürlich gleichzeitig hier vollste Konzentration. So, dann lassen wir den Resten mal die AFB erledigen. Die macht das ziemlich gut. Die geht zum Glück nicht voll in die Eisen. sehr schön. Wunderbar. Ja, hier auf der rechten Seite ein kleines Bauernhaus, würde ich mal sagen. Ansonsten würde da kein Traktor stehen. Ja, auch im Allgäu natürlich die meisten Flächen sind landwirtschaftlich genutzt. Vor allem natürlich auch für die Tiere. Sehr, sehr viel Milch wird hier auch erzeugt. Oh, diese einzelnen Bäume auf dem Hügel. Das hat schon was an sich. Ja, aber was ich ein bisschen schade finde, dass wir hier zu viele kahle Bäume haben, entspricht eigentlich nicht so der Jahreszeit. Nadelbäume tragen natürlich ihre Nadeln das ganze Jahr. Okay, bis Rotenbach in 8 Kilometern müssen wir weiterfahren. Also die ER20 von RSSLO macht wirklich sehr, sehr viel Spaß. Aber die richtet sich wirklich mehr oder weniger an erfahrene Train-Simulator-Spieler oder allgemein Eisenbahn-Interessenten. Ihr habt es zu Anfang des Videos gesehen, man muss hier sehr, sehr viel einstellen. Angefangen von Bremsung bis hin zur Sifa, Überzug Nummer, Übertrieb Fahrzeug und so weiter und so fort. Also wirklich hunderte Sachen, die man hier verstellen muss. Da sollte man entsprechend auch wissen, was man tut. Natürlich ist das auch alles im Manual, im Handbuch erläutert. Aber wie ich das auch manchmal aus den Kommentaren entnehme, wird das nicht so ganz gerne gelesen. Hier entsprechend nochmal ein Güterzug mit Containern 245 am Zuganfang. Und ja, die Lokomotive gibt es natürlich auf der Seite von RSSLO. Die Allgäubahnroute selbst ebenfalls. Also wir fahren hier wirklich heute RSSLO-Pack könnte man sagen. Das Szenario stammt wie gesagt von 3D-Zug. Ich bedanke mich da auch nochmal ganz herzlich für die Bereitstellung. Und wie gesagt, dort im Szenario-Pack von 3D-Zug wird die DTG ER20 verwendet. Die ist über Steam erhältlich. Und jo. Soviel dazu. Schön übersichtlich hier die Strecke. Ich glaube hier könnte man sich als Transporter ziemlich gut aufstellen. Hier so links mit der Kamera hin sieht bestimmt schön aus. Oder hier oben vom Berg gibt bestimmt auch ein einzigartiges Bild von sich. Können wir einfach mal machen. ich kann auf dem nächsten Mal wieder ein Transporting Video raushauen. Bin in letzter Zeit ziemlich viel rumgekommen. ein paar schöne Aufnahmen aus dem Urlaub wieder. Und ja. Auch weil ich das letzte Mal gefragt wurde Trainspotting betreibe ich jetzt nicht tagtäglich. Ich mache das immer dann mal wenn ich ein bisschen im Urlaub bin. Entsprechend ein bisschen was anderes aufnehmen als wie immer vor der Haustür. ich glaube das ist auch nicht so schön. Und ja. Entsprechend suche ich mir dann da Fotopositionen raus. Zuletzt jetzt wieder auch in München unten. Also im Süden Deutschlands bei Gronsdorf. Genau. Dort gefällt mir die Stelle beim Parkplatz ziemlich gut. Da hat man einen sehr schönen Überblick. Kann man glaube ich einen Kilometer weit sehen. Und von dort schon erraten welcher Zug jetzt auf einen Zug kommt. Also die Stelle empfiehlt sich wirklich. Mal schauen. Vielleicht gibt es auch noch ein bisschen was aus Garmisch. Ich glaube aus dem Spessart habe ich jetzt nichts Neues dabei. Da müsste entsprechend das vorhandene Material gezeigt werden. Hier auch sehr sehr schön die ausgetauschte Schwelle. Schön, dass ist ein bisschen zu schnell. Aber ein kmh das ist noch verkraftbar. Und hier vorne gibt es über einen schönen Viadukt. Vierte Fahrgäste. In Kürze erreichen wir Röthenbach im Allgäu. Der Ausstieg befindet sich hier in Fahrtrichtung rechts. Röthrichts. 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 Abbremsen. Der Bahnhof kommt immer noch näher. Röthrichts. Röthrichts. Knappe 900 Meter bis zum Bahnsteig Anfang. Ja, aber hier in dem Bahnhof geht es dann der Sifa wirklich an den Kragen. Die hat mir jetzt schon einige brenzlige Situationen hier zu Gemüte geführt. Und besonders in der Außenansicht ist das wirklich mehr als unangenehm. Langsam bis zum Bahnsteigende vorziehen. Wir haben wie gesagt drei Wagen drin. Und dann sollten das hier auch geschafft haben. Ja, das ist die Fahne. Die meldet sich natürlich natürlich auch noch mal. So. Die Türen einmal geschwind öffnen. Okay. Dann können wir die Tür wieder zumachen. Wir gehen kurz runter. Einmal an den Schaltschrank hier zu den Sicherungen und dann beteiligen wir hier die Notbremsschleife Sifa schalten die entsprechend ab. Wen es interessiert, die PZB kann hier oben abgeschaltet werden. Brauchen wir aber nicht. Wie gesagt, die mag ich relativ und die verpasst einem eigentlich auch keine Zwangsbremsung, wenn es denn nicht gerechtfertigt ist. So, zack. Und ich sehe es schon, die Schiene fehlt mal wieder. Okay. So, ein bisschen angezogen darf die Bremse schon sein. So, entscheidet hier unten dann auch wegen dem Störschalter von der Sifa dieses rote Band mit blauer Schrift. Und für uns kann es weitergehen. Wir lösen die Bremse, haben ja gerade schon rausgeschaut und können dann entsprechend das Fenster auch schon hoch machen. Röthenbach. Ah, das Bahnhof, das weiß ich, möchte ich mir nochmal anschauen. Das ist echt süß. Oh, schön. Ja, Achtung, Leitplanke und Auto ist kaputt. Okay. Röthenbach, schön mit Blümchen nochmal im Fenster. Was haben wir hier? Getränke laden, ne? Oh, und die Autos stehen hier auf der Wiese. Okay. Ja, Eisen auf Gras kommt in der Regel nicht so gut. Und da dachte ich, ich hätte das Problem behoben. scheinbar nur temporär. Aber woran liegt das? Das hatte ich doch früher auch nicht. Und ich habe eigentlich auch an der Strecke hier nichts weiter verändert, dass hier jetzt einfach die Streckenabschnitte teilweise fehlen. wer da eine Lösung parat hat, bitte, seid so nett, schreibt es in die Kommentare. Ich würde mich riesig darüber freuen, wenn ich das Problem nicht mehr hätte. Und ich denke mal, euch als Zuschauer geht es ähnlich. naja, sie vorbeirat abgeschaltet. Brauchen wir also nicht mehr betätigen. So, dann lassen wir den blauen Blitz hier nochmal an uns vorbeizischen. Alex. Eieieiei, was sehe ich da? Ein Regioswinger. Nein, aber kein Ehepaar. Es ist eine Einfachtraktion. Entsprechend Baureihe 612. Ein sehr, sehr schöner Neige-Technik-Triebwagen. Wird vor allen Dingen natürlich hier auch in... Meine Damen und Herren, in Kürze erreichen wir Heimenkirch. Der Ausstieg befindet sich hier in Fahrtrichtung rechts. Ja, unter anderem im Allgäu eingesetzt. Des Weiteren noch der Relation Würzburg, Erfurt, Glauchau. Ne? Ja, müsste die Strecke sein. Und... Ja, auch viele in anderen relativ engen... Ja, vielen Kurven streiten einfach sagen wir es so. Bamberg kommt jetzt zum Einsatz, glaube ich. Oder Kahn. Ja. So viel dazu. Och Mann, und schon wieder viele Schienen. Was ist denn das nur? Aber ich muss sagen, sieht schön aus hier. Mit Spiegel sogar. Ein Spiegel, der dauerhaft eine Wiese zeigt. Ist aber auch ein cooler Spiegel. Möchte ich aber nicht zu Hause haben. Da möchte ich nämlich was sehen drinnen. So, Türchen auf. Fahrgäste rein und raus. Das Gebäude sieht hier aber auch interessant aus. Wir stellen uns mal kurz auf die Fußgängerbrücke. Ja gut. Das fehlende Gleis ist jetzt nicht so schön anzusehen. Sie haben sogar eine Durchgangsmöglichkeit gelassen. Schön. Schön, schön. Gut. Türen sollten auch gleich zugehen. Ach, sind sogar schon zu. Ja klar, wir sind auf jeden Fall hier heute ziemlich in der Verspätung. Zug fährt auch schon ab. Riva. Ja, Heimenkirch. Auch gerade sehr spannend anzusehen. Laut Heat-Up-Display dürfen hier 193 kmh gefahren werden. Das bezweifle ich sehr. Ich dächte, 120 oder 110 wären hier zugelassen. Aber es müssten eigentlich 120 sein. Hatte ich vorhin was entsprechendes auf der Signaltafel gelesen. Genau, 120. Boah, schön. Also die Vegetation gefällt mir sehr, sehr gut. Was haben wir denn da hinten für eine Fabrik? Ah, schade. Konnte ich jetzt nicht sehen. Hier gerade eben wieder ein Pool. Na gut. Das soll uns genügen. Ja, wo geht es denn als nächstes hin? Nächster Halt ist dann Herregatz. Gleis 2. Nach 100. Einmal runterbremsen, bitte. Ah, nehmen wir hier die Zugbremse. Leicht anziehen. Genügt. Den Rest erledigt einerseits der Rollhüterstand und natürlich hier die Steigung. So, kann schon gelöst werden. da oben am Scheitelpunkt der Strecke ist dann die 100er Tafel. Bis dahin hat unser Zug automatisch genug Geschwindigkeit abgenommen. so, zack. Wir können wieder Leistung aufschalten. Hier unten sehen wir es bis auf 45%. Habe ich die jetzt hochgekloppt. Natürlich verwendet die Lokomotive nicht die vollen 45% Anzugkraft. Die tut es durch die AFB dann entsprechend ausgleichen und ja, Regeln. Streckenkilometer 123 1,2,3,4 natürlich 123,4 1 Funkmast damit wir auch schön mit der Fahrdienstleitung und ähnlichen Einrichtungen kommunizieren können. Also ich glaube, so viel Verspätung hatte ich im Train Simulator tatsächlich noch nie. Das ist heute der Rekordfahrt. Ja, und ich merke auch schon, meine Stimme fängt die wieder langsam anzukratzen. Ich hatte nämlich ziemlich starke Halsschmerzen und bin auch jetzt noch ein bisschen erkältet. Aber ich habe mich für euch zusammengerissen und entsprechend hier das Video wollte ich noch erstellen. Ich bin da gerade auf gutem Wege der Besserung und von daher denke ich mal gibt es das auch in Zukunft weiterhin ohne Probleme Videos. Was fällt mir auch jetzt gerade hier alles auf? dieses schöne blaue Licht oder bläuliche. Na mal schauen, ich wette am nächsten Bahnhof fehlen wieder die Gleise. Das haben die Bahnhöfe hier irgendwie so an sich. Ich kann euch echt nicht verraten, was es liegt. Wenn ich es müsste, würde ich es euch sagen. Aber ich weiß es echt nicht. Schöne große Gleisbögen. Boah, prachtvoll. Schöne große Leήςbögen. Also, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, Ich weiß nicht, wie es ist. Meine Damen und Herren, in Kürze erreichen wir unseren nächsten Halt Hergatz. Der Ausstieg befindet sich hier in Fahrtrichtung rechts. Dort haben Sie Anschluss an die Regionalbahn nach Aulendorf. Die planmäßige Abfahrt ist 15.55 Uhr von Gleis 3 am gleichen Bahnsteig. So, ca. 1 km nach und dann leiten wir hier entsprechend langsam die Bremsung ein. Wie gesagt, wir rollen hier mit 120 auf dem Bahnhof zu und da sollten wir schon etwas mehr in die Eisen gehen. Mal schauen, ich glaube der Bahnhof war mehr als zweigleisig. Werden wir aber gleich sehen. Ja, hier drinnen kommt schon eine Schiene dazu. Wahrscheinlich drei Bahnsteige. Herrgatz. Mal schauen, ob auch die Trittstufen hier unten dann ausfahren. Ja, schön. Die klappen aus in dem Fall. Ich finde auch die Töne von der ER20 ziemlich schön. Also den Sound haben Sie da wirklich gut gemacht bei RSSL-O. Würde ich dann doch meinen. Den Vectron haben Sie meiner Meinung nach nicht so schön hinbekommen. Da muss man dann, finde ich, wirklich auch mit einem Sound-Update nochmal nachhelfen. Oder kann man nachhelfen. Der Sound ist akzeptabel bei der Vectron, aber geht natürlich auch schöner. Auch hier schon Türen wieder zu. Und weiter geht's gleich. Ja, und die schöne Dame läuft uns direkt durchs Bild. Die wollte sich ja auch nochmal zur Schau stellen. Und nochmal um die Bank herum. Und noch einmal durchs Bild. Na, schafft es das noch ein drittes Mal? Wir gedulden uns noch ein bisschen. Und ja, sie schafft es noch ein drittes Mal. Naja. Okay, soll sie noch ein bisschen im Kreis laufen? Wir wollen weiter geradeaus fahren. Und nicht im Kreis. Und noch ein Regiuswinger. Nach Lindau Hauptbahnhof, ne? Das ist aber die falsche Richtung. Kollege, da musst du umdrehen. Okay, 120. Und 130 dürfen natürlich gefahren werden. Entsprechend hochschalten. AFB auf 130 festgesetzt. Und dann werden wir langsam und langsam schneller. Ja, die Höchstgeschwindigkeit der Lokomotive liegt bei 140 Stundenkilometern. Der Taro geht bis 160. Entsprechend hier noch ein bisschen Toleranzbereich. Na, wo steht's hier oben genau? 140. Hier oben haben wir dann auch noch die Bremsstellung. Und ich glaube, also laut Anstrich darf diese Lokomotive hier auch in Tschechien fahren. Aber dort, wenn ich das richtig lesen kann, nur mit 100 kmh. So, hier oben entsprechen wir nochmal das Dachteil Lokomotive. Hier oben kommen unsere Abgase herausgepufft. Ne, hier sehen wir uns, glaube ich, so ein bisschen am besten. Relativ rundes Dach. Lokomotive gefällt mir eigentlich ziemlich gut. Wir haben hier auch entsprechend ausklappbare Spiegel. Die können wir dann am Bahnsteig zum Beispiel verwenden. Ich glaube aber, im Simulator sind die nicht funktionsfähig. Oder? Möchte ich mich jetzt auch nicht drauf versteifen, weil ich kenne RS-SLO-Lokomotiven, wo die tatsächlich ausklappbar sind. Also zumindest, ich weiß jetzt nicht aus dem Kopf, wie man die bedient. Naja, bei mehr als 100 Triebfahrzeugen, die ich hier im Transimulator fahre, ist das, denke ich mal, auch nicht wirklich schlimm. Da kann man sich nicht jede Tastenkombination merken. Und ich möchte auch persönlich nicht jedes Mal ins Handbuch reinschauen, bevor ich hier eine Fahrt starte. Ich meine, bei den gängigen Lokomotiven, da kennt man natürlich die Handgriffe, weiß, was man zu tun hat. Und ja, entsprechend passieren da natürlich dann auch bei Exoten hin und wieder mal Fehler. Das bitte ich zu verzeihen. Aber ich denke mal, das ist relativ verständlich. Wir setzen uns nochmal ins Feld. Oh, zu schnell, viel zu schnell. Ja, das ist die Sache mit der Außenansicht. Oh, passt. Können wir gleich 110 runter. Supi. So, hier links waren das gerade wahrscheinlich Z-A-G-S-Wagen. Zags. Ja, das sind immer diese Wagenbezeichnungen. Die klingen teilweise lustig und sind größtenteils unaussprechlich. Ich meine, Zags geht noch. Wir haben heute auch nur Grün, oder? Na gut, bei so viel Verspätung ist das angebracht. Oh, Lindau schon. Das ging jetzt aber schnell. Also Fahrtdauer sollte 45... Nee, nicht 45, 75 Minuten betragen. Und wenn das so ist, dann okay. Kam mir persönlich jetzt weitaus kürzer vor. Aber gut. Wenn das so ist, dann ist das so. Aber spätestens in Lindau werden wir dann mal das ein oder andere gelbe beziehungsweise HP-0-Zeigungs-Signal schätze ich mal zu Gesicht bekommen. So, auf 100. Okay. Noch mal runter bremsen. Ja, wir lassen das jetzt mal die AFB übernehmen. Ich möchte mal schauen, wie die da reagiert, die Lokomotive. Ja, die geht auch voll in die Eisen gleich. Wenn auch nur hier entsprechend mit der Lokbremse. Also hier, Motorbremskraft ist das, glaube ich. Oder, ja, EB elektrische Bremse. Ja, so die Lokbremse hier drüben per Luftdruck, die wird nicht genutzt. Zugbremse habe ich jetzt auch nicht gesehen. Aber hier die E-Bremse. Dann legen wir uns in die Kurve. Oh, dieses Ozeanblau. Also helles Ozeanblau oder Himmelblau sieht wirklich wunderschön aus. Und ich glaube, das verdreckt auch nicht so schnell wie manch andere Farben an Lokomotiven. Also der Verschmutzungsgrad schon, der wird natürlich gleich sein. Aber ich meine, man sieht den Schmutz darauf nicht so schnell. Oh, viel zu stark angezogen, die Bremse. Arme Passagiere, arme Passagiere. Die werden da hinten durch den Zug gewürfelt. Wie die Pins beim Bowling. Obwohl die werden, ja, eher weniger gewürfelt. Werden durcheinander geschossen. Ja, aber auf Ähnliches könnte es hinauslaufen. Und hier nochmal. Macht man eigentlich nicht mit dem Horn, aber im Simulator. Dürfen wir uns das schon mal genehmigen. Das Haus ist auch schön. Ich glaube, das habe ich sogar schon mal gesagt, als wir an dieser Stelle vorbeigefahren sind. Das sieht ja auch wirklich wunderbar aus. Hier schön zwei Kirschbäume einwandfrei. Genau, dann wird gleich auch unsere Zugkleidung nochmal eine Durchsage machen. Ich schätze mal so zwei, drei Kilometer vor Lindau dann. Obwohl, er wird entsprechend noch die Umstiegsmöglichkeiten ansagen. Also könnte es doch ein bisschen eher kommen. Hier auf der rechten Seite nochmal ein entsprechendes Baustofflager, wie es scheint. So, mit 90 soll es weitergehen. Zugklänge aktiviert. aktiviert. Genau. Und dann gleich wieder runter schalten. ja, solange wir die nicht ausfahren können. Und eine Rechtskurve noch. Und dann kommt die 80 Ankündigung. so, die hätten wir auch. noch ein bisschen E-Bremskraft. Genau. Ja, Sonnenrolle kann man natürlich auch runter machen. Die Fahrt ins Leitung an 29 308. Bitte kommen. 29 308 hört. Du bist ein echter Glückspilz heute. Hast gleich wieder eine längere Pause. Zurück geht es erst vor sechs. Naja, kannst du dir dann die Bahnanlagen auf der Insel genauer anschauen. Gute Fahrt auf den letzten Metern und bis später. Alles klar, ich werde mir irgendwie die Zeit schon vertrödeln. Dann bis später. Wunderbar, da hat man eine etwas längere Pause. So, was ich auch noch austesten wollte, ob man tatsächlich hier die Helligkeit mit dem Rollo und dem Sonnenschutz regeln kann. Keine Geisterfahrt. Wenn wir es ganz ohne machen, ist es eine Geisterfahrt. Das möchten wir nicht. Da kommen wir denke ich mir auch nicht ziemlich weit. weil spätestens nach ein paar Metern würde uns entweder die PZB killen, weil wir zu schnell sind durch irgendeinen Geschwindigkeitsprüfabschnitt oder wir machen so einen zweirädigen Stunt mit unserer Lokomotive und fliegen dann so nach und nach aus dem Gleisbett raus. was natürlich auch vermeiden wollen. Also sowas fangen wir gar nicht erst an. Wir fahren hier schön sicher von A nach B wenn auch nicht pünktlich. Ich glaube diese Fahrt hier kann man da wirklich als Beispiel nehmen. Hauptsache sicher. Aber Pünktlichkeit spielt dann da eine untergeordnete Rolle. Gut. Ja, die Fahrgäste tun mir jetzt ein bisschen leid aber da sie ja eh nur aus Bits und Bytes bestehen haben sie hier immer Pech. Und ich glaube im Train-Simonado haben wir nicht so viele künstliche Intelligenz dass die Personen sich dann da tatsächlich traurig fühlen beziehungsweise meine Damen und Herren in wenigen Minuten erreichen wir Lindau Hauptbahnhof den Endbahnhof dieses Zuges. Wir bitten Sie hier alle auszusteigen. Der Ausstieg befindet sich in Fahrtrichtung links. In Lindau haben Sie Anschluss an die S-Bahn S-3 nach Sankt Margareten planmäßiger Abfahrt ist es 16.05 von Gleis 1 und an die Regionalbahn nach Friedrichshafen Hafen 16.37 von Gleis 8 am gleichen Bahnsteig. Wir verabschieden uns von Ihnen und wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt in Lindau. Auf Wiedersehen. Boah, so oft wie ich hier unterbrochen werde. Naja, ich wollte sagen die Menschen besitzen hier wahrscheinlich nicht so viele Emotionen. Ja, bis Friedrichhafen Hafen Auch schön. Ja, entsprechend der Bahnhof wird wahrscheinlich so heißen. Und hier sind auch mal wieder die Formsignale. Ja, die Relikte deutscher Bahnvergangenheit oder Bahngeschichte. Uh. Die Schienen sehen aber ein bisschen komisch aus hier auf die Ferne. Na gut. Ja, wir bewegen uns auf die Insel Lindau Hoppenhof, ne. Kennen wir ja auch schon. Aber auch das war meiner Meinung nach mal wieder eine sehr, sehr schöne Fahrt. Ah, hier Stellwerk wahrscheinlich, ne. Ja, sieht ganz danach aus. Selbst dort haben wir sogar den Sonnenschutz schon vorgezogen. Ja, es ist entsprechend warm. Auch wenn an manchen Bäumen hier dann doch die Blätter fehlen. Aber das sei zu verkraften. Gut, hier in Lindau haben wir alle Gleise. Das freut mich natürlich sehr. Würde mich entsprechend über eine positive Bewertung von euch freuen. Wie gesagt, ich hab's versucht mit den Schienen, dass wir das in den Griff bekommen. Hat dann aber doch nicht geklappt nicht geklappt. Und ja. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Verabschiede mich an der Stelle und sage in dem Tschüss und bis zum nächsten Mal. Kamen, der Schild